Jetzt ist es endlich da. Wie angekündigt ist das Buch Alois Irlmayr die letzten Tage nun nicht nur als Download, sondern auch als Taschenbuch auf Amazon verfügbar. Wer glaubt, bereits alles über die Flut, die drei Heersäulen, den Krieg, die Schlachtfelder, die sicheren Orte und insbesondere die Finsternis zu wissen, irrt sich. In diesem Buch hat der Autor exklusive Informationen verarbeitet, die auf seinem YouTube-Kanal so nicht veröffentlicht werden konnten. Dazu gehören unter anderem ausführliche Analysen zu Todesopfern bei den jeweiligen Ereignissen, sichere Orte zur Zuflucht sowie Ratschläge für das Überstehen der finsteren Zeit. Bringen Sie sich jetzt auf den neuesten Stand und sichern Sie sich Ihr Exemplar von Alois Irlmayr die letzten Tage. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Titel Alois Irlmayr, ich sag nix mehr. In diesem Video untersuchen wir die spannende Frage, wie es dazu kam, dass sich Irlmayr nach zahlreichen Interviews über die Zukunft und einen drohenden Dritten Weltkrieg zunehmend von der Presse und der Außenwelt isolierte. Und wir analysieren, wie die mediale Aufmerksamkeit und die ständige Nachfrage nach seinen Prophezeiungen sein Leben auch negativ veränderten. Und nun geht's los mit dem Video. Alois Irlmayr, ich sag nix mehr. Diesen Satz äußerte Irlmayr bereits 1948 und danach auf dem Höhepunkt der medialen Aufmerksamkeit. Was war geschehen, dass der geniale Hellseher 1948 und 49 sowie auch 50 einen solch drastischen Schritt vollzog? Zum einen liegt es sicherlich daran, dass er durch die Bekanntmachung seiner genauen Vorhersagen der Bombenabwürfe in Rosenheim, Freilassing und Berchtesgaden 1945 eine überaus große mediale Aufmerksamkeit bei der regionalen und überregionalen Presse auf sich zog. Nach den ersten Presseberichten kam es zu enorm vielen persönlichen Anfragen von Hilfesuchenden, die sich an sein bescheidenes Büro am Freilassinger Bahnhof wandten und stundenlang vor der Baracke ausharrten, bis sie zu Irlmayr vorgelassen wurden. Da Alois Irlmayr unter der Woche auch noch seinen anstrengenden Beruf als Brunnenbauer nachging, war klar, dass er den durch die Presseberichterstattungen ausgelösten Ansturm auf Dauer weder psychisch noch physisch bewältigen konnte. Schon im allerersten Zeitungsartikel im Sommer 1947 über Alois Irlmayr wurde berichtet, dass er von Ratsuchenden bestürmt werde. Im Jahr davor 1946 gab es bereits Polizeiberichte darüber, wie groß der Ansturm auf sein Büro am Bahnhof tatsächlich gewesen sein muss. Bereits im März 1946 hatten nämlich eine Polizeikontrolle 70 wartende Personen vor Irlmayrs Grundstücke zählt. Einige der Menschen standen dort schon seit 5 Uhr in der Früh und es wurde ein weiterer Ansturm per Zug aus München erwartet. Der Südostkurier schrieb, dass Irlmayr sich des Ansturms kaum erwehren konnte. Das Absurde daran war, aber dass die Presse selbst wesentlich dazu beitrug, dass der Druck auf Irlmayr immer weiter anstieg. Hinzu kam, dass er zu Beginn der Berichterstattung eine fast kindliche Vertrauensseligkeit gegenüber Vertretern der Presse zeigte und bereitwillig über sein Leben und seinen Prophezeiungen Auskunft gab. Als einfacher und bescheidener Mann konnte er wahrscheinlich trotz seiner Fähigkeit nicht voraussehen, wie sensationslüsternd die Öffentlichkeit war. Er erkannte nicht, dass er dadurch ungewollt zur weiteren Berichterstattung geradezu einlug und ein Teil eines medialen Systems wurde, das seine Geschichten immer weiter ausschlachtete. Denn nach dem gewonnenen Gauklerprozess 1947 stürzte sich die Presse erst recht auf ihn. Was wiederum bedeutete, dass er noch mehr persönliche und schriftliche Anfragen vorfand. Schon im Spiegelartikel vom September 1948 hieß es in der Überschrift dann als erste Konsequenz auch, Zitat, er sah, was er sagte, aber er sagte nichts mehr, Zitat Ende. Die mediale Aufmerksamkeit brachte Irlmayr dazu, in der Hoffnung auf Besserung, Schreiben an mehrere Zeitungen zu senden. Darin bat er darum, ihn nicht mehr aufzusuchen, oder anzuschreiben, da er sich völlig erschöpft fühle und Ruhe benötige. Zitat aus dem Artikel des Salzsachboten vom 10. Dezember 1949. Vor seinem Hause spielten sich an diesem Tage ähnliche Menschenversammlungen ab, wie zu Anfang der Karriere des Herforder Wunderdoktors Bruno Gröning. Hilfsbereit stellt sich Irlmayr die Menschenmasse bis tief in den Abend hinein zur Verfügung. Schließlich gab er in seiner schlichten Art folgende Erklärung ab. Leute, seid vernünftig, ich kann nicht mehr. Habt ein Einsehen. Ich kann weder morgen noch in Zukunft für Fragen und Bitten auf hellseherischen Gebiete eine Antwort geben. Denn mein Beruf ist mir wichtiger. Solche Massenansammlungen, wie sie jetzt täglich und wöchentlich die Übung sind, seit den Zeitungsberichten der letzten Zeit, geben mir ernstliche Bedenken für meine eigene Gesundheit. Zitat Ende. Auch wenn dieser Satz etwas verworren klingt, ist dieser 1 zu 1 übernommen worden. Leider erfüllte sich Irlmayrs Hoffnung auf Besserung der Situation nicht, sondern das Gegenteil trat ein. Durch den Gauklerprozess und die offizielle gerichtliche Bestätigung seiner außergewöhnlichen visionären Fähigkeiten stieg der Druck der Öffentlichkeit in den Jahren 48, 49 und 50 noch erheblich an. Die Pressevertreter stürzten sich regelrecht auf ihn, was die Situation für Irlmayr und auch für seine Familie weiter verschärfte. Dass sich die Situation für ihn irgendwann auch so zuspitzen würde, dass er sich dann schließlich weigerte, noch Auskünfte zu erteilen und sich durch seine Kinder verleugnen ließ, war absehbar. Und in dieser Zeit erschien dann auch noch der erste Abdruck des Buches »Blick in die Zukunft« vom Herausgeber Konrad Adelmayr. Dies forcierte die gesamte Situation für Irlmayr noch schlimmer. Berichte seitens der Ordnungsbehörden in Freilassing bestätigen dies, die einen vermehrten Zustrom an Besuchern an der Freilassinger Baracke aus Österreich feststellten. Dies zeigten auch Polizeiberichte aus Freilassing aus dem Stadtarchiv München auf. Irlmayr sah schließlich aufgrund des hohen Erwartungsdrucks auf ihn, seine Lösung darin, seine Arbeit als Brunnenbauer in Gebieten außerhalb von Freilassing fortzusetzen. So wollte er dem unaufhörlichen Andrang der Hilfesuchenden entfliehen. Als nichts mehr half, wandte sich Irlmayr erneut mit einem Schreiben an eine Zeitung mit der Bitte, ein für alle Mal dafür zu sorgen, dass nicht mehr weiter über ihn berichtet werde. Irlmayr betrachtete die zahlreichen Berichte über ihn als die eigentliche Ursache für den ungebrochenen Zustrom auswärtiger Besucher. Aufgrund eines Schreibens an die Presseorgane erfolgte schließlich ein entsprechender Bericht in der Freilassinger Volkszeitung 1950. Tenor des veröffentlichten Briefes war, dass sich Geschäftemacher den Hellseher und seine Weissagungen missbrauchen würden. Ein Vetter von Alois Irlmayr aus Freilassing schickte dieses besagte Schreiben im Auftrag von Irlmayr an sämtliche Zeitungen, in dem um entsprechende Veröffentlichung gebeten wurde. In diesem Schreiben wurde dargelegt, dass Irlmayr sich außerstande sähe, Besuche jeglicher Art, außer solchen, die mit seinem Beruf in Verbindung stünden, wie Brunnenbau oder die Suche nach Wasseradern, zu empfangen. Zudem sei es ihm unmöglich, die vielen eingehenden Briefe zu beantworten, weshalb er darum bat, von Besuchen und Zuschriften Abstand zu nehmen. Des Weiteren bat Irlmayr darum, keine weiteren Veröffentlichungen über seine Voraussagen oder Ähnliches mehr vorzunehmen. Er erklärte, dass die unerwünschten Veröffentlichungen zu einem derart hohen Zustrom von Besuchern und einem Anstieg des täglichen Posteingangs geführt hätten, dass er selbst, wenn er nur einen kleinen Teil der Anfragen und Wünsche erfüllen wollte, keine Zeit mehr für die Ausübung seines Berufs hätte. Irlmayr hoffte, dass die Zeitungen seiner Bitte um Veröffentlichung sowohl im Interesse der Allgemeinheit als auch in seinem eigenen Interesse nachkommen würden. Dass Irlmayr zu solchen Mitteln greifen musste, um wieder durchatmen zu können, ist wirklich tragisch. In Bezug auf heute ist ein solch großer Ansturm ja nur mit den Klatschberichten über bekannte Persönlichkeiten oder Internet-Hypes vergleichbar. Sein Wunsch nach Privatsphäre ist absolut nachvollziehbar. Man würde heute zu seinen Erschöpfungszuständen sicherlich auch die Diagnose Burn-out stellen. Es war ihm ganz offensichtlich ab 1948-49 nicht mehr möglich, sich dem Druck der Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit zu beugen. Tatsache ist, dass er offensichtlich nur wegen der Eigeninteressen der Presse, die auf größere Aufmerksamkeit abzielten, für geschäftliche Zwecke missbraucht wurde. Durch Irlmayrs Prophezeiungen über einen möglichen Dritten Weltkrieg und Russland als Invasoren kam spätestens mit der Bekanntheit dieser berühmten Vorhersagen ein weiterer entscheidender Faktor ins Spiel. Es ist anzunehmen, dass diese Aussagen keineswegs im Interesse der damaligen Deutschen oder amerikanischen Politiker in der frühen Nachkriegszeit lagen. Denn es wurden öffentlich durchaus auch kritische Stimmen gegen Irlmayrs Vorhersagen laut. Auch dies führte schließlich dazu, dass sich Irlmayr immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzog. Um künftig nur noch, wenn jemand durch einen Bekannten oder Freund empfohlen wurde, überhaupt noch persönliche Auskünfte erteilte. Zum Schluss hat sich Irlmayr auch selbst gewollt, so isoliert, dass sein öffentlicher Satz »Ich sag nix mehr« weiterhin vernommen wurde. Dieser Satz findet sich in einem Artikel in den Traunsteiner Nachrichten über den Gauklerprozess Ende 1949 wieder. Zitat aus dem Artikel »Der Brunnenbauer wurde freigesprochen. Er konnte die Beweise für seine Fähigkeit erbringen. Aber von nun an wies er alle ab. »Ich sag nix mehr«, war seine stereotype Antwort und als das nichts half, verkroch er sich in sein selbstgebautes Häuschen im Walde. Da kann man nicht genug vorsichtig sein, aber ich sage auch niemanden mehr was. Nicht einmal den Amerikanern.« Zitat Ende Lediglich zum Ende seines Lebens 1959, also zehn Jahre später, gab er wohl nochmals Auskunft über seine gemachten Prophezeiungen und bestätigte damit nochmals, dass seine Vorhersagen von früher über den künftigen Dritten Weltkrieg oder die dreitägige Finsternis weiter Bestand hätten. Für uns die Irlmayrs Prophezeiungen als Warnhinweise auf zukünftige Ereignisse interpretieren, ist es äußerst schwer erträglich, wie verbittert und einsam sein Leben zum Schluss in den 1950er Jahren gewesen sein muss. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass jemand, der mit solch außergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet war und gleichzeitig so viele Menschen warnen wollte, am Ende in Isolation und Enttäuschung lebte. Seine Botschaften wurden möglicherweise nicht so verstanden oder geschätzt, wie er es sich gewünscht hätte. Unser Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Irlmayrs Lebensweg und seine Prophezeiungen ein faszinierendes, aber auch tragisches Bild zeichnen. Trotz seiner außergewöhnlichen Gabe und der Fähigkeiten, zukünftige Ereignisse vorherzusehen, litt er unter dem enormen Druck, den die Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit und das Medieninteresse mit sich brachten. Seine anfängliche Offenheit gegenüber der Presse, die auf Sensationslust und Eigeninteresse abzielte, führte zu einem unaufhörlichen Ansturm von Hilfesuchenden. Der schließlich seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigte. In seinen letzten Lebensjahren war Irlmayr isoliert und zurückgezogen, was die Frage aufwirft, ob seine Warnungen und Vorhersagen in der Gesellschaft tatsächlich die gewünschte Resonanz fanden. Die Vorstellung, dass ein so begabter Mann am Ende seines Lebens unter Einsamkeit und Verbitterung litt, ist sowohl tragisch als auch nachdenklich stimmend. Zum Glück hatte er eine starke Familie und Freunde hinter sich, die dies einigermaßen kompensierten. Sein persönlicher Fall lässt uns über die Konsequenzen von Ruhm und Öffentlichkeit nachdenken. Besonders da seine Warnungen durch seine Prophezeiungen nicht mit echten Verständnis oder Wertschätzung für Öffentlichkeit über die Botschaften einhergingen. Irlmayrs Geschichte ist nicht nur die eines Visionärs, sondern auch die eines Menschen, der letztlich in seinem unverständlichen Umfeld lebte. Die Hetze, die die Presse zur Hochphase von Irlmayrs Prophezeiungen aus reiner Gewinngier entfachte, ähnelt stark der heutigen Situation. In der sich viele Berühmtheiten wiederfinden. Man muss sich nur die Medienwirbel ansehen, die entstehen, wenn persönliche Geheimnisse von Prominenten und Reichen ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Selbst mehr als 80 Jahre nach Irlmayrs Tod ist die Gier der Presse nach öffentlichen Skandalen, die ausgeschlachtet werden, noch genauso stark wie zu Irlmayrs Lebzeiten. Diese Gier ist ebenso zerstörerisch. Man denke nur an den tragischen Tod von Lady Di in Paris. Irlmayr hat das aus unserer Sicht einzige Richtige für sich und seine Familie getan, indem er sich nicht mehr von den Presseberichten von seinem eigentlichen Leben ablenken ließ. Dennoch hat die Isolation die letzten 10 Jahre seines zu kurzen Lebens sicherlich zu erheblichen Einschränkungen in seiner persönlichen Lebensführung geführt. So, das war's jetzt mit dem Video. Einen herzlichen Dank geht wie immer an unsere Kanalmitglieder, die mit ihrer Kanalmitgliedschaft unseren Kanal tatkräftig unterstützen. Ebenso diejenigen, die uns eine Spende zukommen lassen. Abschließend möchte ich euch nochmals darauf hinweisen, dass wir einen zweiten Kanal namens Future Whisper News gegründet haben. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung unten hinterlegt. Es wäre toll, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren würdet. Jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Video. Servus, euer Maik. Es mahnt uns klug und wachsam zu sein. Zwischenzeilen der Vergangenheit suchen wir Wahrheit in dieser Ewigkeit. Geheimnisse, tiefer Graben in der Erde, Bürmeiers Worte, mehr als nur Legende. Vorzeichen am Himmel, klar und rein. Future Wisdoms deckt auf, was war vor dem Sein? In der Stille der Nacht erwachen Gedanken, Zukunftsbilder, die durch die Zeiten schwanken. Verlorene Wahrheiten von Future Wisdoms gefunden, die Botschaft in der Vergangenheit neu verbunden. Aufwachen soll die Welt, erkennen das Licht, was verborgen offenbart sich in Sicht. Future Wisdoms führt euch durch die Nacht, bis ein neuer Morgen erwacht. Future Wisdoms echt schon eine Zeit, wo Prophezi und Wahrheit sich vereint. Viele Zweifeln können... ...